Ich bin hier heute in München auf dem Dogfest 2019 und ich werde hier heute einfach mal durchchecken, was man alles so machen kann. So, ich bin jetzt heute hier mit Pablo, dem Social Media Manager des Dogfestes. Ist das richtig so, Pablo? Genau. Und ihr Social Media Menschen, ihr seid ja eigentlich rund um die Uhr eingespannt. Leben haben und Dogfest organisieren, kann man das irgendwie verbinden? Ja, klar. Also natürlich ist bei einem Festival, glaube ich bei Social Media wie bei den meisten anderen Jobs, die das Festival so hat, schon, das ist eine totale Ausnahmezeit. Freundesfreund hat mal gesagt, halt ich fest, Dokus sind langweilig. Gucke ich nicht. Was würdest du ihm antworten? Dann hat er vielleicht die falschen Dokumentarfilme bisher gesehen. Also wir reden ja auch tatsächlich von Dokumentarfilmen, also Filme, die im Prinzip wie jeder normale fictional Film, den wir so im Kino sehen, eine Geschichte erzählen. Und ich kann deinem Kumpel dann gerne mal was empfehlen. Also das sind tatsächlich Filme, die einen manchmal sogar noch viel mehr bewegen können als fiktionale Filme, weil das Geschichten sind, die das Leben schreibt. Also sage ich vielen Dank, Pablo, dass du dir kurz Zeit genommen hast. Wir müssen jetzt eh schon wieder weiter, wir haben noch viel vor. Hinter mir kann man schon sehen, wie einige Menschen gespannt auf ihr eigenes Screening warten. Und da würde ich sagen, kommt einfach mal mit, ich knüpfe mal ein paar vor. Entschuldigung, hallo, habe ich Sie erschrocken? Ja, no. Entschuldigung, hallo, sind Sie Besucher vom DOC-Fest? Ja. Welchen Film gucken Sie sich denn heute an? Mehrere, also zum Beispiel über den Latkum Laditschei, man zum Beispiel nachher den Film an. Und heute Abend einen über Tansania. Das ist halt sehr interessant, Afrika ist ja ein Land. Ja, das ist richtig. Sind Sie Besucher vom DOC-Fest? Ja. Finden Sie Dokumentarfilme im Allgemeinen, kommen sonst irgendwie zu kurz? Ja, unbedingt. Mehr Dokumentarfilme. Ah, Sie warten auch schon ganz gespannt auf Ihren Film? Ja. Sind Sie schon öfters hier gewesen? Nein, aber es ist natürlich so, dass man auf einem Festival leichter in den Film geht, als wenn man einfach nur so zu Hause sitzt und nicht aufs Festival geht. Heute ist ja Samstag, der erste Festival Samstag. Da sind auch viele Festival-Partys. Mal gucken, ob es da noch einen Film gibt oder... Apropos Partys, weil ich will ja heute auch noch unbedingt auf eine Party. Wo steigt denn hier die Fete, ne? Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, im Deutschen Theater läuft nur irgendwas heute. Das ist ja hier gleich ums Eck, das wäre ja einfach. Mhm. Die Frage ist, sind die Drinks umsonst? So, ich sitze jetzt gerade schon im Kino für mein erstes Screening und ja, danach geht's auf eine Feier. Dann würde ich sagen, Film ab. Willkommen im Silbersaal. Was für ein schöner Saal hier, oder? In diesem Saal wird in Kürze eine der angesagten Partys auf dem Doc-Fest stattfinden. Docs on the Rocks. Und wir werden hier natürlich auch noch ein bisschen feiern gehen gleich. Aber meine Reise mit euch geht hier leider schon zu Ende. Deswegen wollte ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Und es lohnt sich wirklich definitiv, aufs Doc-Fest zu gehen. Selbst wenn er jetzt nicht so die super Ahnung von Dokumentarfilmen hat. Es gibt coole Leute, coole Filme und man kann einfach Spaß haben. Deswegen sage ich vielen Dank, dass ihr dabei wart und ciao. Musique Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020